Nach offizieller Einschätzung unserer Sicherheitsbehörden sind beim Linksextremismus, Zitat, der Gewalt kaum noch Grenzen gesetzt. Hemmschwellen sind gefallen und man kann von Glück sagen, dass bisher noch keine Opfer zu Tode gekommen sind. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, wir dürfen uns beim Schutz von Menschenleben nicht länger auf das Glück verlassen, sondern müssen den Kampf gegen den Linksextremismus mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln des Rechtsstaates intensivieren und diese menschenverachtenden Schwerverbrecher endlich stoppen.